Ich bin Matthias Jogi, Stürmer vom EHC Biel. Ich fordere Jakob Mickflicker aus dem Guess Who. Jakob, wenn ich nicht besser bin als du, dann wird es ziemlich peinlich für mich. Hi, mein Name ist Jakob Mickflicker. Ich spiele für Biel. Ich bin ein Vorwärter. Ich möchte, Matthias Jogi, für mich in Guess Who. Ich sollte ihn behaupten. Ich bin nicht sicher, wer wir beten. Aber wenn ich nicht, dann vielleicht muss ich zurück in Kanada gehen. Und dann gehen wir in Switzerland. Joe Prowelski. Oh, let's give it a Swiss. Oh, these make the tackle. Freddy Pedersen. Walt. Dino Isid. Benji Conn. Benji Conn. Uini. Ja. Koistin in Vorannahme. Mark Bruce. Siromer Giotter. Darier Berkeley. Spassier. The Swiss guys. I have no idea. Oh um, Heakhoff. Ich hoffe, meine Sprung ist richtig. Imram Holt John Tavares Sretusuri Guess Who